Spinnen spawnen hier keine, dank den Druckplatten, ne nicht dank den Druckplatten, dank den Slabs, spawnen da keine. Ich höre schon was klicken. Hört ihr's? Da ist unten schon, sind wir noch welche drauf. Da ist schon Sklett. Wenn ich näher das Licht ausmache, dann spawnen die hier auf der obersten Etage auch. Und jetzt hab ich da Glas, mach ich nur, dann kann man hier runter gucken. So ein bisschen Fun. So, und wenn wir das alles geschafft haben, hier das Glas drüber gesetzt haben und dann noch die Mauer gezogen haben, dann müssen wir natürlich noch daneben, wo jetzt die Fackeln sind, ausleuchten. Weil sonst haben wir da nämlich Big Monster Party. Und das wollen wir nicht. Und ich möchte jetzt auch nicht vom Sklett abgeschossen werden. Wenn's denn möglich wäre, dies zu vermeiden. Was das Glas kostet. Schade, dass es keine Slabs vom Glas gibt. Schade, schade ich's? Schade ich's? Komm ich da dran? Jo. So. Sehr gut. Und ich seh das Gletscher da unten gucken. Ich mach mal lieber von hier. Dann ist die Chance geringer abgeschossen zu werden. Bloß nirgends vom Block vergessen. Und wenn wir da mal rüber gehen zum Gucken, was da unten hier so los ist. Dann sind wir ja unten selbst in der Falle gefangen. So. Perfekt. Boah. Haben wir genug Stacks mitgenommen. Hat gereicht. Sehr gut. Und wir können runter gucken. Dass da ganz ohne Licht ist, ist wurscht. Das macht nix. So. Jetzt müssen wir am besten mal eben kurz noch die Fackeln hier reinsetzen. Können wir die nämlich wegmachen. Dann machen wir nämlich erst die Mauer. Obwohl ich könnte auch erst. Ich versteh gar nicht warum das hier so ruckelt vom Spiel jetzt her. Mein Gott. Ist am klicken. So. Das haben wir jetzt. Dann müssen wir eben die Mauer ziehen. Habe ich den zu vieler Weise. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Jo. Habe ich noch. Dann könnte ich die nämlich genauso setzen wie ich das hier gemacht habe. hier. Und dann hatten wir immer eins, zwei, drei, vier, fünf. Und dann haben wir den nächsten reingesetzt. Hier geht's ja. Ja. Da kann ich's nicht machen. Da muss ich mir dann was anderes überlegen. Achso. Da ist die andere Bahnschiene. Stimmt. Stimmt ja. Stimmt ja. Stimmt ja. Stimmt ja. Daneben verläuft ja die Bahnschiene von meiner Bambusfarm. Ist korrekt. Na gut. Ich könnte. Boah. Hat mich das jetzt erschrocken. Ich könnte natürlich hier trotzdem so machen. Na gut. Hier ist die Tür. Da ist natürlich dann wieder dumm gelaufen. Aber ich könnte das. Ich könnte das. Na gut. Dann mach ich den einfach. Glowstone in den Boden rein. Weil das räuchte dafür, dass das Licht ausgeht. Von oben. Und weil wenn die weg ist. Und die weg ist. Und die hier weg sind. Dann ist das da bestimmt zu dunkel? Nein doch nicht. Cool. Gucken wir mal, was dann auch noch so stimmt, wenn ich jetzt in die Mauer ziehe. Ah gut. Hier kann ich ja Türen rein machen. Dann geh ich nämlich einfach hier so nach oben. Ich überlege gerade. Ja gut. Man könnte das natürlich. Ja komm. Das machen wir. Das sieht doch geil aus. Da lassen wir einfach so offen. Oder? Dann dürfte vielleicht kein Licht durchkommen. Ich weiß es jetzt nicht. Wir werden es austesten. Oh, die Ecke, die kann ich ja mir sparen eigentlich. Mach mal die ganzen Fackeln weg. Mach mal die ganzen Fackeln weg. Der Steine reicht noch. Ja. 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 Malerweise müsste das reichen, wenn ich das hier so zumache. und hier kommt dann eine Tür rein da muss ich mir nochmal zwei Stück besorgen dann sollte das eigentlich dunkel genug sein ah gut, da kommt doch doch etwas argut das Licht durch das durchkommt ist eigentlich nicht schlimm sollte dunkel genug sein da, guck mal das spawnt auf jeden Fall wenn ich jetzt Licht anmache das spawnt es eigentlich auch noch aber so kann ich besser runter gucken und dann sind hier nämlich daneben die Wartungstunnels das machen wir so zu hier kommt dann eine Tür rein wo jetzt hier die andere ist, weiß ich gar nicht da muss ich eh noch schick machen das ist alles noch nicht so wie es sein soll da machen wir einfach eine Säule hin habe ich zufälligerweise 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 ja haben wir zufälligerweise man könnte natürlich auch es klickt schon es klickt schon aber hier oben sehe ich keinen da unten ist einer ein Skelett ich sehe dich ich hole mir mal ich hole mir mal zwei Türen und hier werden wir das auch noch so machen wie da nein so nur damit das gleich aussieht kommt es weg man könnte natürlich dann auch einfach da geht es natürlich nicht wie viel hell ist das eigentlich hier wow da könnte es schon Probleme geben Probleme man könnte hier zum Beispiel ein Glowstone rein machen Glowstone habe ich ja Glowstone habe ich ja nein so genau dann machen wir hier einen direkt auf die andere Seite wo mir das ja hier nicht ganz so gefällt mit dem aber das kann ich nicht anders machen na gut hier ist halt der Eingang da könnte ich das ruhig schon so lassen und das könnte ich oberhalb könnte ich das auch so lassen das wäre nicht ganz so schlimm boah gehen die Frames hier runter so viele Mobs hier weißt du wenn ich das da weg mache ah das geht das geht einen Schalter kann ich nicht anbringen an Glowstone ne das geht glaube ich nicht das geht glaube ich nicht um das einheitlich aussehen zu lassen müsste ich das ja eigentlich so machen und das geht 1, 2 Ich wollte schon längst aufhören Verdammt, ach hier kommt doch gar nicht zum Boden rein Nochmal verdammt, doch bis hier könnte ich das machen Das glaube ich nochmal eben kurz raus Warte mal, Eimer, 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 Eimer Shit voll Kann ich das auch schon wieder nicht aufnehmen Ja, ist es denn wahr Komm, die ganzen Eimer schmeißen wir mal in den Rucksack So Okay, hier ist schon dunkel, da müsste ich eigentlich Ach, das gefällt mir nicht Fuck Komm, wir machen die da rein Der gleiche machen wir auch hier Dann passt das wenigstens mit dem hier bei ein Stimmt das überhaupt hier? Ja, ne, da stimmt das Ich könnte natürlich Einfach jetzt hier so machen Ja, so So und so. Dann spare ich mir den und spare ich mir den. Und dann nehme ich nur den. Ups. Nein. So. Ah, da habe ich ja schon einen. Das ist gut. Dann mache ich hier auch noch den. Nähter Stein rein. Damit das als Abschluss hier gilt. Dann müsste ich ihn eigentlich da auch hin machen. So. Ein paar haben wir noch. Machen wir so. Und da. Dann geht mir das wieder. Hinterstein ist kostbar. Wie sieht es da aus? Gut, da war richtig. Himmel, Herr, Gott, Sakrament. Moment noch eins. Fuck. Ich habe keinen Nitterstein mehr. Ich glaube, ich habe aber noch was in meiner Vorratskiste im Lager. Da gehen wir noch mal schnell gucken. Aber dann. Dann ist Schicht im Schacht. Das habe ich aber, glaube ich, schon vor 20 Minuten gesagt. Verdammt. Sand. Sand ist gut. Sand ist sehr gut. Dann kann ich nämlich da Glas zurückbringen. Äh. Neter. Neter. Neter, Neter, Neter. Nein. Nein. Ich habe keinen mehr. Shit. Dann muss ich noch welchen brennen. Ich habe ja noch was in der. Hier für die Öfen. In der Öfen. Die muss ich erst noch leer machen. Ja gut. Das machen wir aber heute nicht mehr. Jetzt gehe ich noch mal. Lass mich durch. Noch einmal gucken, ob ich da nicht noch irgendwas vergessen habe, unten aufzusammeln. Wir wollen ja nichts despawnen lassen. Nein. Ach, die Türen habe ich jetzt vergessen. Fuck. Ist auch egal. Aber hier oben sehe ich keine Monster, komischerweise. Aber wir werden jetzt einmal ganz kurz runterfahren. Ja, da muss ich noch schick machen hier. Wir drücken jetzt einmal kurz drauf. Und mal gucken, was passiert. Oh, der ist tot. Scheiße, die sind alle tot. Warum? Die sterben. Wieso sterben die? Dürfen sie doch gar nicht. Dürfen sie doch gar nicht. Die dürften gar nicht sterben. Die dürften gar nicht sterben. Das ist natürlich jetzt wieder. Das ist natürlich jetzt wieder. Fuck. Muss ich die ganze Geschichte jetzt hier ein höher setzen oder was? Ja, trotz allem mache ich jetzt an der Stelle erstmal einen Break. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession. Bis dann, liebe Freunde. Haut rein. Tschau. Tschau. Untertitelung des ZDF, 2020